Hallo, liebe Dozierende, liebe Studierende und liebes Publikum, ich bin Strachina Pavlovich. Ich studiere Klarinette an der Musikhochschule Lubeck in der Klasse von Professor Rainer Welle. Ich befinde mich gerade in Belgrad, in Serbien, mein Heimatland, zu Hause mit meiner Familie. Das ist mein Zimmer und ich wollte kurz erzählen, wie war diese fast 3 Monate in Serbien, wegen der ganzen Situation mit dem Virus, die hat uns alle betroffen. Und ja, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit hier. Es war jeden Tag ab 17 Uhr war es Polizei Uhr und jeden Wochenende niemand konnte draußen gehen. Und natürlich durch den Tag konnte man ein bisschen spazieren, auch einkaufen gehen, natürlich mit Masken, mit Handschuhen und diese ganze Situation hat mich persönlich sehr beeinflusst. Und ich konnte wirklich nicht mich fokussieren und eine Motivation finden, um üben, um wirklich irgendetwas zu machen. Also ich habe viele Stunden mit dem Laptop verbracht, Netflix gucken, Musik hören, irgendwie versuchen in eine andere Welt zu gehen. Und Gott sei Dank, ich habe einen Garten und da habe ich viel mit meinen Hunden gespielt. Und auch mit meiner Katze, die ist jetzt gerade mit mir im Zimmer. Ich wünsche euch alle viel Gesundheit, bleiben Sie gesund, alles, alles Gute und ich hoffe, dass wir uns alle bald in Konzerten wiedersehen und genießen unsere Musik. und ich wünsche euch einen schönen Tag. und ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020